Sonja fragt, warum setzt ihr Distelhausen auf offene Gärung? Ich bin Robert und das ist eine Minute Bier. Früher waren alle Gärungen oben offen, unten natürlich nicht. Im Zuge der Automation gingen die Brauereien immer mehr zu geschlossener Gärung über, vor allem weil man die Tanks auch dann automatisch reinigen kann. Wir in Distelhausen sind allerdings bei der offenen Variante der Gärung geblieben, vor allem bei der Obergärung offen für mehr Geschmack. Unsere Genussbiere entfalten dadurch wesentlich tollere Aroma- und Geschmacksprofile und ich denke auch, dass die Kundschaft das gerne honoriert. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.